Die Hörsuppe Warum hören wir denn von euch nichts? Wer ist denn da überhaupt verantwortlich? Immer wieder sehr spaßig. Jetzt hat das Ganze, was ich hier in den folgenden 19 Minuten und 5, 4 Sekunden erzählen werde, so zwei Gründe oder zwei Ziele. Zum einen, dass sie vielleicht oder diejenigen, die mich nicht kennen, die nicht so genau wissen, was dahinter steckt, erfahren können, was dahinter steckt. Und zum anderen so ein bisschen den Ausguck in die nächsten Jahre, was ja im Moment sehr beliebt ist. Vielleicht auch ein bisschen Glaskugel dabei. Stichwort wäre an der Stelle zum Beispiel Verzeichnisse oder das Verzeichnis. Jetzt fangen wir aber ganz hinten an. 2011. Das ist die Vergangenheit Nummer. Ich hoffe, ich mache hier nichts falsch. Ich bin nicht so gut da drin. Ah, Vergangenheit. Teil 1. 2011 war es. Das war schon so ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, Podcasts zu hören. Und fiel mir auf, fiel mir massiv auf. Was ist denn das für eine Suppe? Was ist denn das für ein Cluster da drüben in Berlin? Meta-Ebene, not safe for work, CRE, die Mikrodilettanten und wie sie alle heißen. Und irgendwie haben die alle miteinander rumgemischt, die Mischpuk und dachte mir, das nimmst du mal aufs Korn. Setzt ein kleines Block auf, machst eine Domain draus und verarschst das ganze Volk mal so ein bisschen. Ist total schief gelaufen. Ich habe nicht einen einzigen Artikel, in dem ich den Berliner Podcast-Cluster auf die Schippe nehme. Irgendwie ging das mit Huxilla los. Ich habe ein bisschen was über Huxilla geschrieben. Ich habe ein paar satirische Kleinigkeiten da reingepinnt und die Leute kamen zu mir und sagten, hey, das ist ja total spannend, dass du über Podcasts schreibst. Es gefiel mir auch, also machte ich das weiter, bis irgendwie zwei Monate, nachdem das Ganze lief, der Erste kam und sagte, hör mal, du hast ja dem Letzten über einen Live-Podcast geschrieben. Wir hören mit ein paar Kumpels auch gerne einen Live-Podcast. Wie wäre es, wenn du einen Kalender machen würdest? Jo, warum eigentlich nicht? Weil ich hatte auch schon so Ankündigungen. Passt mal auf, nächste Woche 13 Uhr oder nächste Woche um 11.30 Uhr, Not Safe for Work, hört mal rein. Also nahm ich mir irgendein Kalender-Plugin für WordPress, passt es auf meine Bedürfnisse an. Ich gehe schon mal einen Slide weiter kurz, damit ihr eine Vorstellung habt, wie fürchtlich das damals aussah. Man sieht hier auch noch sehr schön, dass das nicht ernst gemeint war. Das lief eine Weile ganz gut. Ich musste für jeden Eintrag im Kalender, der hier zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vorhanden war, musste ich einen Eintrag in WordPress schreiben, was sehr, sehr schlimm war. Und deshalb habe ich mir dann im Januar, ich gehe jetzt nochmal zurück, im Januar oder im Februar, ich weiß das gar nicht mehr so genau, 2012, mein eigenes Plugin geschrieben. Das Ding heißt CastCal, kennt kein Mensch, gibt es nirgendwo zum Runterladen, weil das wäre sehr peinlich. Und ist letztendlich bis heute das Backend für das, was ihr vielleicht als kleines Verzeichnis kennt, was ihr als Live-Kalender kennt, was ihr als die Software kennt, die euch vielleicht ein Personal-Feed ausspuckt, weil ihr euch nicht für alle Live-Termine interessiert, sondern nur für Not Safe for Work, nur für die Mikrodilettanten oder wie auch immer die Podcasts sind, die ihr gerne hört. Ja, Januar 2012, genau. Februar 2012, März 2012, merkte ich, es ist echt anstrengend, jedes Mal die Metadaten zu einem Podcast, also die Webseite, die Seite von der Episode, über die ich rede und all die anderen Geschichten, jedes Mal in den Artikel reinzuschreiben. Also ging ich hin, schaute mir eure Feeds an, ich hätte es besser gelassen, schaute mir eure Feeds an und sagte, ja, das ist ja XML, das lässt sich ja wunderbar parsen. Das ist überhaupt kein Problem. PHP hat ja mehrere Parser, ich habe mir diesen Simple XML genommen, habe da eure Feeds draufgeschmissen und es hat ungefähr zwei Stunden gedauert oder eine Stunde, bis ich merkte, nee, so funktioniert es nicht. Um genau zu sein, es funktionierte null. Habe mir das Ding selber geschrieben, das ist so eine Mischung aus ein bisschen Simple XML und ein paar anderen Geschichten und eigentlich 90% selbstgeschriebenem Kram, der dann nichts anderes machte, als eure Feeds aufgrasen, die Episoden rausholen, Metadaten rausholen und aus jeder einzelnen Folge, aus jedem einzelnen Feed wiederum einen Eintrag in WordPress macht. Wer mit WordPress arbeitet, kennt die Dinger. Das sind dann Custom Posts, das sind dann eigene Taxonomien, die da drin sind. Kein Hexenwerk, das war damals relativ neu, 2012, 2011 kam das, glaube ich, sogar irgendwie, oder war das 2012, als die Custom Posts rauskamen. Kein wirkliches Hexenwerk. Heute zeigt sich im Übrigen mit 30, 40.000, 50.000 Einträgen, die ja jetzt inzwischen drin sind, kommt WordPress irgendwann nicht mehr gut zurecht. Wie auch immer, damals lief das alles noch wunderbar und aus dem ganzen Zeug, was ich da drin habe, konnte man wunderbare Dienste entwickeln. Zum Beispiel, jeder kann sich sein Feed für Live-Geschichten selber zusammenstellen. Jeder kann sich, das ist niemals veröffentlicht worden, aber es ginge, sich seine eigenen Feeds, also richtige Podcast-Feeds zusammenstellen. Ich interessiere mich für, naja, mach mir alle Not-Safe-Work-Folgen rein, mach mir alle Folgen der technischen Aufklärung rein und mach mir das in einem Gesamt-Feed und schmeiß mir das hier mal vor meinen Podcatcher. Habe ich nie getan, ich habe mich nie getraut, weil ich immer Angst habe, dass irgendein Podcast herkommt. So, was machst du denn da mit meinen Episoden? Das kommt aber noch gleich. Die zweite Vergangenheit. Das war so die Zeit, huch, warum macht er das hier nicht? Ach, ein weiter noch. Das war so die Zeit, in der sich das mit der Entwicklung so ein bisschen beruhigte und ja, wo alles so vor sich hin suppte. Ich habe geschrieben, ich habe Menschen kennengelernt. 2013 war ich dann auch beim ersten PPW, also bei meinem ersten PPW. Habe eine Menge Menschen kennengelernt. Ich habe viel Ideen mitgenommen, aber wenig gemacht. Das durfte mal ein bisschen ruhig werden. Mai 2014, das war so die Zeit, das war so die Zeit, wo ich beschloss, grün wäre besser als rot. Das rot, das war schon noch so ein bisschen der Punkt, wir machen hier Boulevard, naja, ich mache hier Boulevard. Es soll ja ein bisschen Boulevard-Desk sein, es sollte rot sein. An den Schriften eben habt ihr auch erkannt, das ist eine Plakatschrift gewesen. Das erinnert so ein ganz kleines bisschen oder sollte ein ganz kleines bisschen an Dinge wie Bild-Zeitung oder Ähnliches erinnern. Ich wollte ernsthafter werden und dann stritten sich die Geistern, ob ich bei Deutschlandradio Wissen geklaut habe oder ob die bei mir geklaut haben. Wahrscheinlich habe ich bei ihnen geklaut. Es wurde grün. Das sah dann so aus. Es gab Gott sei Dank relativ wenige Beschwerden, denn der Inhalt war der gleiche geblieben. Ich hatte zwar versucht mit der Version, mit der grünen Version so ein bisschen Publishing und Dienste, das ist ja so ein Janus-Gesichtiger Aspekt, der Hörsuppe, dass ich auf der einen Seite das Publishing habe, also ich schreibe über Podcasts, ich kuratiere Podcasts, ich rede darüber, was drin vorkommt, unter welchen Lebenssituationen man das Zeug hören kann, ob beim Fahrradfahren in der U-Bahn oder schön gemütlich abends beim Glas Rotwein im Ohrensessel. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind diese technischen Dienste, die da überall drin stecken, ob das jetzt ein Live-Feed ist oder ob das, was haben wir denn noch, es sind so viele, ich habe echt vergessen, die Flatterliste und all die Geschichten. Ich habe versucht, das Ganze in dieser grünen Version so ein bisschen logisch voneinander zu trennen. Es ist vollkommen gänzlich und total gescheitert. Aus vielen Gründen und einer der Gründe, wie ich heute weiß, ist WordPress. Denn WordPress ist keine gute Plattform, um technische Dienste zur Verfügung zu stellen. WordPress ist ein CMS, ein Blogging-System, um zu publizieren. Aber die Technik hinter WordPress ist, wenn man sie bis ins Letzte ausnutzen möchte und bis ins Letzte ausreizen möchte, beschränkt. Zumindest für meine Fälle. Ja, es hat wirklich keine paar Tage gedauert, bis mir klar war, so geht das auch nicht weiter. Jetzt ist das aber auch schon wieder über ein Jahr her und wie jeder weiß, sieht die Hörsuppe immer noch so aus. Warum? Weil ich viel am Schaffen bin. Allerdings viel auf dem Papier. Ich bin im Moment verhältnismäßig wenig am Programmieren. Das Einzige, was ihr vielleicht mitbekommen habt, ist das Flatterboard. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Spitze des Eisberges meiner aktuellen Arbeit. Das war, ich will jetzt nicht sagen Abfall, aber das war so ein Randergebnis, so ein Ding, wo mir beim Arbeiten auch fiel, ach ja, das wäre ja mal eine coole Idee. Das fiel fast zeitgleich zusammen mit Instacasts Ableben oder dem Ableben von Autoflatter, besser gesagt. Und weil es mir dann irgendwie auf den Keks ging, weil es mir auf den Keks ging, jedes Mal auf die Webseiten der Podcasts zu gehen, ist mir dann diese Idee eingefallen. Ich weiß nicht, benutzt es irgendwer? Kennt es irgendjemand? Hallo ihr zwei? Trinken nachher mal einen Kaffee zusammen. Ja, Gegenwart. Das ist gestern, heute Morgen. Also WordPress, naja, nicht der Burner. Zumindest nicht für mich. Alle Dienste, die im Moment rausfallen könnten aus den Ideen, aus den Ergebnissen, die ich so ablese, aus eurem Leseverhalten, aus euren Mails, aus euren Tweets an mich, die werden mit Sicherheit auf einer selbstgeschriebenen, auf einer selbstentworfenen Codebasis passieren. Ohne WordPress. Ja, WordPress taugt nicht als Datenbank, klar. Tja, und was ich im Moment am Machen bin, ist vor allem das ganz unten. Reden, treffen, koalieren. Denn gestern habe ich schon gemerkt, es gibt so zwei, drei Spitzenthemen im Moment. Eins davon, Verzeichnis. Das ist im Moment sehr, sehr beliebt. Und das ist irgendwie so ein latentes Problem, das mit Sicherheit die nächsten ein, zwei Jahre aufschlagen wird. Deshalb muss da einiges getan werden. Und ich glaube, immer wenn ich irgendwie was anfange, fällt hinterher aus Versehen ein Podcast-Verzeichnis heraus. Die Hörsuppe. Das ist ein schönes Beispiel. Es sind nur 300 Podcasts drin. Es ist kein Verzeichnis. Es gibt zwar eine API, die kennen die ein oder anderen. Die funktioniert soweit auch ganz gut. Die Shownotes werden unter anderem damit befeuert. Aktuell ist der Funkenstrahlen dran. Eine Lern-App, also er bringt sich selbst das Programmieren bei, für iOS zu schreiben, die den Kalender, den Live-Kalender abzieht. Ihr werdet, ich werde aber nicht drumherum kommen, ganz, ganz viel mit vielen Leuten von euch zu reden. Auch jetzt, die nächsten Tage. Um zu schauen, wo muss das Ganze hergehen. Das überspringen wir jetzt mal und kommen zu dieser Zukunft. Denn, da sehe ich, ey, zurück. Zu schnell gewesen. Da sehe ich mehrere Einzelthemen. Ganz wichtig, ganz, ganz oben. Das Kuratieren. Das Kuratieren ist praktisch der größte, der größte Punkt, der mir beim Arbeiten mit der Hörsuppe aufgefallen ist. Es interessiert die Leute gar nicht so sehr, wie komme ich an meine Podcasts. Die helfen sich schon. Es gibt iTunes, es gibt das, es gibt jenes, vor allem iTunes. Eigentlich gibt es nur iTunes, oder? Wichtig ist den Leuten aber, eine Empfehlung zu bekommen. Es ist gar nicht so sehr, gar nicht so sehr das Problem, wo finde ich mein Feed, wo finde ich die Podcast-Seite, sondern die Leute möchten wissen, was kann ich hören, wenn ich im Bus sitze? Was kann ich hören, wenn ich mir ein Haus kaufen möchte? Und da nimmt man am liebsten Empfehlungen entgegen von Menschen, die man kennt. So, jetzt kennen die wenigsten von euch mich und trotzdem interessiert sie es, was ich erzähle. Also mit kennen meine ich natürlich nicht so sehr den Umstand, dass ihr wisst, wie ich heiße, dass ihr wisst, was ich jeden Tag mache, sondern dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was ist das für ein Kerl? Womit kann ich mich da identifizieren? Welche Aspekte seines Lebens sind auch meine Aspekte? ÖPNV, Familie, Hauskauf und all die Geschichten. Das ist, ich bin kein Psychologe, wenn mir das ein Psychologe vernünftig erklären kann, nur her damit. Aber es ist mir schwer aufgefallen, dass sich Leute auf solche Aspekte verlassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn iTunes, wenn Apple hingehen würde und würde zwei, drei Leute dafür bezahlen, ihr Verzeichnis zu kuratieren, Leute mit einem Gesicht, Leute mit einem Namen, Leute mit einer Story und wenn es nur eine erfundene ist, scheißegal, dann glaube ich, hätte iTunes mit seinem Podcast-Verzeichnis noch eine Chance. So ist es nichts anderes als eine verhältnismäßig tote Datenbank, wo hin und wieder Podcasts auf irgendwelchen Algorithmen basierend oben links auftauchen. Das ist alles schön und gut und das bringt auch natürlich Hörer, weil man dann prominent platziert ist. Aber ich bin fest davon überzeugt, persönliches Kuratieren hilft viel, 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 viel mehr als nur eine prominente Position auf irgendeiner Webseite. Jetzt habe ich meine Punkte hier komplett übergegangen. Naja, macht nichts. Der zweite Teil der Zukunft, das ist die Technik, die mich treibt. Heute wie vor fünf Jahren ist der Zugang zu Podcasts immer noch schwierig. Woran liegt es? Es liegt an den Feeds. Nein, ich werde euch eure Feeds nicht klauen. Ich würde es gerne dem einen oder anderen, würde ich den Feed gerne wegnehmen und mal sauber machen. Aber die Frage ist, was muss ich mit den Feeds machen? Was muss ich mit den Feeds machen oder was müsst ihr mit euren Feeds machen? Wie weit müsst ihr eure Feeds-Souveränität vielleicht auch mal aufgeben? Tut ihr bei iTunes ja im Grunde auch. Niemand weiß, wo euer Feed ist, wenn ihr in iTunes abonniert. Das interessiert dann auch Gott sei Dank niemanden. Wie weit muss ich da gehen, um Menschen den Zugang zu Podcasts zu erleichtern? So wie es mit Videos leichter ist, über YouTube zu gehen? Nein, ich will kein YouTube für Podcasts. Was bringt es mir zum Beispiel, wenn ich anfange, Feeds zu remixen? Stichwörter. Nehmen wir mal an, ihr habt eure Episoden wunderbar verschlagwortet. Kann es einen Dienst geben, der diese Schlagwörter rauszieht und sagt, pass mal auf, Haftaffer, ja, ja. Kann es einen Dienst geben, der diese Schlagwörter rauszieht und dann Feeds zusammenstellt aus euren Einzelepisoden, um Menschen mit bestimmten Interessen zu versorgen? Remix, Curate. Das ist an der Stelle das Ding. Einmal maschinelles Remixen aufgrund von irgendwelchen Keywords oder aber persönliches, vielleicht durch mich, weil ich beschließe, hier ist eine tolle Reihe an Podcasts, die beschäftigt sich alles mit Hauskauf und das sind die Folgen und da kannst du es abonnieren und es ist ein eigener Feed, höher, super Hauskauf. Ja, und wenn man mich persönlich nach einem Wunsch für 2035 fragen würde, würde ich mich freuen, wenn XML sterben könnte. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr frommer Wunsch. Das ist ein sehr, sehr frommer Wunsch, aber... Ich weiß, Tim. Aber man wird doch Wünschen noch äußern dürfen. Mein kleiner Sohn hat mich auch dem Letzten gefragt, ob er sich alles zu Weihnachten wünschen darf. Da habe ich gesagt, selbstverständlich, solange ich es bezahlen kann. Der dritte Teil der Zukunft ist das Publizieren. Die Hörsuppe hat einen publizistischen Anteil und den möchte ich gerne ändern. Den möchte ich gerne auf breitere Schultern legen, also auf mehrere Menschen. Ich bin ein schlechter Teamwirker, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber es gibt Punkte, an denen selbst ich erkennen muss, es reicht jetzt. Du kriegst das alles gar nicht mehr hin. Du hast dich übernommen, du hast dir zu viel vorgenommen und vor allem, du kannst auch gar nicht alles. Du hast gar nicht zu allen Themen Ahnung. Und wenn du dann den Mund aufmachst und erzählst Unsinn, dann wird es nur noch peinlich. Also such dir Menschen, die zu bestimmten Themen Ahnung haben, die Lust haben, zu bestimmten Themen zu reden und dann kannst du das ganze Ding auch breiter treten. Denn was in der Hörsuppe ja so gar nicht vorkommt und was ich eigentlich ganz gerne drin gehabt hätte, wären auch solche Geschichten wie Mikrofontests oder Kopfhörertests für Hörer oder Bluetooth-Beacon-Tests, damit die Leute, wie ich, wenn sie unterwegs sind, nicht das Problem geraten, sich das Kabel um den Hals zu schlingen und dann zu ersticken. Solche Geschichten würde ich gerne in Zukunft besser aufstellen. Deshalb wird, wir sind ja gerade im Moment dabei, alles sterben zu lassen, RIP-Hörsuppe, Tim. RIP-Hörsuppe wolltest du ja hören. Die Hörsuppe wird es mit Sicherheit 2016, 2017 nicht mehr so geben, wie sie jetzt aussieht. Sie wird anders aussehen und sie wird mit Sicherheit mehr geteilt werden. Sprich, es wird einen Dienst geben, wie auch immer der heißt, oder es wird eine Dienste-Plattform geben und es wird eine publizistische Plattform geben. Was ich mir da vorstellen würde, wäre etwas nach dem System von Netzpolitik oder Superlevel, nämlich ich erzähle, was geht. Und andere arbeiten für mich. Das hätte ich gern. Kurze Wege. Ich muss hier auf die Uhr gucken. Ich habe nur noch zwei Minuten. So, der Brecher, habe ich mir ganz zum Ende aufgehoben. Das Backbone, das Fundament all meiner Arbeit in Zukunft wird ein Verzeichnis sein. Das ist es ja jetzt schon. Jetzt hängt dieses Verzeichnis in WordPress. Es wird irgendwo anders hinkommen. Welche Datenbank darunter schlummern wird, welche Systeme, welche Programmiersprachen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es muss ein Verzeichnis geben für mich. Aber es wäre natürlich unsinnig, wenn ich dieses Verzeichnis, wenn ich es denn irgendwann gebaut habe oder jemand anderes, es nicht aufzumachen. In dem Sinne, als dass auch das Ding wieder eine API haben wird, ganz klar. Denn wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel die Shownotes wunderbar damit umgehen oder andere Leute sich ihre eigenen Applikationen draus bauen, dann wäre das ganz, ganz fürchtlich schade, wenn das nicht offen wäre und andere Leute daran partizipieren könnten. Es wird heute und morgen ja noch ein oder zwei Vorträge oder Workshops zum Thema geben. Hinten der TJ nickt schon. Der möchte nämlich auch was zu Verzeichnissen machen. Ich glaube, das ist eines der größten oder schwierigsten Themen, die sich die nächsten zwei Jahre erstellen wird, dann Verzeichnis aufzubauen. Und gar nicht so sehr, um gegen iTunes anzustinken oder gegen Google oder wie sie alle heißen, sondern einfach, um ein offenes Verzeichnis zu bekommen. Denn offen sind alle anderen letztendlich nicht. So, richtig. Und am Ende möchte ich von Google gekauft werden, mich zur Ruhe setzen und den Rest meiner Tage Podcasts hören. Hey, ich bin unter den 20 Minuten gewesen. Ralf, die Batterie ist fast leer. Also hätte ich noch ein bisschen länger geredet, hätte das Ding sich ausgeschaltet. Ja, einfache Lösung für komplexe Probleme. Vielen Dank. Gibt es Fragen dazu? Was ist genau dein Problem mit XML? Ja, ich habe Schuld the Messenger. Eigentlich ist XML ja schuldlos. Das XML ist an sich schuldlos. Nur ich, wer war das eben? Der Sven. Als der Sven sagte, oh mein Gott, ich habe Feeds gesehen und es war schmerzhaft. Was man da so erlebt und was man da so tun muss, damit Feeds passbar wären, ist wirklich sehr bösartig. Das hängt zum einen daran, dass die Software, die die Feeds erzeugt, unsinnig agiert. Wenn es nach mir ginge, würde die alle Potluff benutzen, denn das, was da rausfällt, ist sauber. Soweit ich weiß. Kein Widerspruch, sehr schön. Das ist das eine. Und dann halt dieses Quadratdutzend an Erweiterungen, die da existieren. Ob das jetzt Zeug von Yahoo, glaube ich, ist. Ich habe da gar nicht so reingeguckt, weil ich Angst davor habe. Diese Namespace-Erweiterung. Und jeder, der sich da berufen fühlt, bringt da sein eigenes Zeug mit rein. Mal stecken die Informationen im Tech, mal stecken die Informationen im Content-Feld. Ich würde euch allen eigentlich ganz gerne mal meinen Feed-Parser zeigen, aber dann würde ich mich schämen. Der macht nämlich sehr viel If-Then-Else letztendlich, wenn man es mal runterbricht, auf das, was drin steht. Es ist sehr schmerzhaft. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn da irgendwas gefunden würde, was die Situation verbessert. Ich weiß aber nicht, was die Situation verbessert, außer mir verbieten XML und lassen die Leute alle neu machen. Nein, es gibt keine Lösung zu dem Thema, außer schimpfen. Also ich schimpfe gerne und viel. Und jedes Mal, wenn mir ein Podcast über den Weg läuft, der ein XML-Feed raushaut, der nichts taugt, schimpfe ich den auch an, persönlich. Und dann kommen die Leute und sagen, was muss ich denn machen? Ich weiß ja gar nicht, was ich hier machen soll. Es stellt sich raus, das ist halt wirklich schlicht und ergreifend die Software, die den Unsinn missmacht. Ich habe keine Lösung für das Problem. Hast du eine? Potlove. Nee, wir haben ja auch schon mal, wie du weißt, über Verzeichnisse und Feed-Pasing und so weiter nachgedacht. Ich weiß auch, mit welchen Herausforderungen das verbunden ist. Aber ich kann ja einfach sagen, es liegt nicht an XML an sich. Und XML, das muss auch jedem klar werden, diese Sache, also das X an XML ist toll. Ja, also es ist wirklich toll. Das ist das, was all die Innovationen möglich macht. Und wenn wir irgendwie diesen verschrobenen Jason-Pfad beschreiten, dann wird es uns erst richtig mies gehen. Das kann ich dir schon mal sagen. Was die Qualität betrifft, man kann ja soziale Maßnahmen ergreifen. Ja, ich bezeichne das als Feed-Shaming. Und ich kann ja auch sagen, du hast nirgendwo so eine große Wirkmächtigkeit wie in einem Verzeichnis. Weil du kannst sozusagen einen Koeffizienten bilden. Du kommst ihn nicht rein. Bitte? Du kommst ihn nicht rein, wenn dein Feed nicht stimmt. Nee, du hast ihn schon drin, aber du zeigst halt auch an, in welchem Bereich sich diese Feed-Qualität bewegt. Ja? Geiler Podcast, scheiß Feed. Ja? Macht Programmierern im Durchschnitt so und so viele Stunden Arbeit pro Jahr mehr. Ja? So. Und das ist einfach die beste Methode. Das ist aber eine Arbeit, die wird dann nie beendet, weil man mit jedem neuen Podcast, der Unsinn produziert, im XML wieder von vorne anfangen muss. Den Leuten ist das ja nicht bewusst. Nee, nee. Stimmt. Ja, aber soll doch mal irgendwie der hessische Rundfunk auf seine Feed-Qualität starren und feststellen, dass das, ja, ne? Jetzt habe ich es dir immer gezeigt. Ja. Genau. Ja, weil, ich meine, ist ja auch nicht so, dass das nicht ginge. Ist ja nicht so, dass das ein riesen technisches Problem darstellen würde. Es ist einfach nur, es gibt das Bewusstsein nicht. Und ich sage dir, Feed-Shaming ist einfach mal genau das Richtige. Also in Hörsuppe 3.0 gibt es dann den Feed-Shaming-Index von 0 bis 6. Ja, schreibe ich dir auch noch einen Text dazu. Genau, und Euphonic wertet das aus und baut dann das ins Intro davor. Achtung, Sie hören jetzt einen Podcast mit dem Feed-Shaming-Wert. Wenn schon, vernetzen dann richtig und da, wo es Sinn macht. Okay, vielen Dank dir.